Und hier geht's auch direkt weiter in die nächste Folge. Wir haben zuletzt mit Didi aufgehört und wenden auch mal mit Didi erstmal weiter. Ähm, meine Frage war ja letztens, ähm, sieh in der letzten Folge, dass, ähm, Donkey Kong Rad da oben oder dieses Donkey Kong, der Donkey Kong Stern, ob der nicht hierfür wäre, aber ich wollte jetzt hier lang schwimmen und der könnte dafür sogar sein. Ähm, vermuten lässt sich das, dass, weil der Fische also hochspringen kann. Und, ähm, das Einsehen in der Nähe ist, dass du darauf hinweist. Ah, Gen-Attacke. Lenky, dein Einsatz nochmal. Alles wäre wirklich das ein, was sie zu deuten, dass wir da... So, gucken, ob er so hochkommt. Oh! Hey! Okay, kommen sie hoch. Motung war fast richtig. Zweites Mal? Wenn ich das wieder anpeilen. Äh. Dreimal? Da ist nämlich das Geräusch. Und da ist das Ding, auf was offen geht. Ah, war doch gut. Mhm. Okay, keine Zeitbegrenzung. Das ist schon gut, weil ich unbedingt einen Schluck trinken musste. Ah, haben mich doch wieder... Ah, haben mich doch wieder... ...richtig gedacht. Das sind wir hier. Ah, wir können hier wechseln. Okay, wir müssen... Ah! Lass mich! Ach, guck mal. Mhm, verstehe. Okay, Nassenbeer. Einmal aufhören. Äh, ja. Du weißt das hier, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, ich sehe was, was man nicht sehen kann. Da unten müssen wir jetzt mal mit Tiny rein. Ah, 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 ah. Aber nicht schon mit dem Zug. Da in die Schatzkiste. Äh. Oh mein Gott. Dankeschön. Einmal so. Oh, sah. Ach, da haben wir noch rot. Okay. Da oben ist Splat in Gelb. Okay. Gehen wir jetzt erstmal mit ihr und machen das einmal. Oh mein Gott. Was hast du dran? Gehen wir jetzt erstmal mit ihr und verfehlen die mal. Gekonnt. Ah, wir können da noch im Kreis schwimmen. Tipp ich mal. Ach man, da verfehlen wir die zweite. Aber die nicht. Ne, zurück mit dir. Und ra... Äh, okay. Jetzt haben wir so. Din, 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 din. Okay. Da haben wir noch eine Dame, da haben wir noch einen. Schnell in die rein. Naja, die macht einmal klaff. Oh, Nummer zwei. Geht ruhig nochmal zu. Das war jetzt nicht gewollt. Die oben haben wir, die oben haben wir, die oben haben wir. Jetzt hole ich mir die erst auf der anderen Seite. Oder fast nicht. Jetzt machen wir hier gemütlich. Da haben wir keinen Stress drin. So. Äh, war da unten was? Da war doch noch. Oh, ist hier noch eine Münze. Dann nehme ich die Münze jetzt halt mit. Oh, danke. Du machst gerade dein Mund passend auf. Aua. Ähm, hm, no. Did I have collect all these Perls? Ist jetzt wieder raus hier? Ja, ne. Okay. Ist ja wieder raus hier. Sind wir direkt groß? Ja, ist einfach. So. Hm, falsch. Wir müssen doch... Falsch. Dann steckt das Wasser hier nochmal an, oder nicht? Opa. Er hat noch's kennt. So. Frage ist, wie... Wie kommen wir da hin? Ich sage mal, ich weiß es nicht. Was ich sagen kann, ähm... Ich weiß, dass wir... mit Lenky noch vorne was am Tor haben. Und hier dann soweit erst mal alles haben. Möchte ich mal sagen. Soweit erst mal. Was wir machen können, ohne irgendwelche... äh, Dinger freizuschalten, irgendwo anders machen zu können. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Mittel... Mittel... Mittelteil? Ja. Wir gehen in den Mittelteil. Und schauen uns dann da alles an. Ah, ah, vermuten richtig. Das ist der untere zweite Teil. So, schnell, Lenky. Du bist ein kleiner Wasser-Bensch, du. Ne, machen wir mit Tiny... Und mit ihm das Level, was ich aber vermutet habe, das ist angefangen hat schon mit dem blauen Bananen hier und viel mit Lenky und was er zu tun hat, ähm, nicht darauf hinaus gehen wird. Okay. Ah. Oh, ich kann eine kleine Spiele reinmachen. Da ist das fast... Das weitergeht aber. Man weiß nie, was hinter sich den anderen noch verbirgt. Seht ihr? Da haben wir irgendwie noch was. Da kann man dann wieder mit voll Karoge gestehen. Irgendwann nimmst du? Einmal nochmal rum. So, einmal drehen. Dein Knudsch begnehm. Okay, wir dürfen uns hier verwandeln. Hallo, Banane. Okay, Kong. Und schwimmen, schwimmen. Oh, nein, nicht die Münze. Ich will hier nichts an Münzen oder so verpassen. Und die können wir noch alle gut gebrauchen. Irgendwelche cranky Updates oder so. Oder, ja, mal hergesehen, Update für Waffen 1. Für Musikinstrumente 1. Und halt ab. Map. Okay, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt gehen wir wieder zurück in den, wo wir gerade herkommen sind, in den Teil. Und, ähm, mit dem Speichern. Schauen wir mal. 172. Da fehlen noch 80 Stück. Hm, hm, hm. Weil die werden auch kein Problem sein. Ähm, ah, ja. So, das tut sich aber gut. Dann, jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Mittelteil. Da haben wir das Leithaus, also das Leuchtturm. Das ist ja eher hier. Aua. Da ist Cranky. Rote, rot, 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 rot. Hi, hi, hi. So, sauf das Zeug und halt die Klappe. Was soll das, glaube ich, heißen? Gib her. Blub, blub. Ballon. Ich kann ein Ballon werden. You have a small time. Okay. Reset und Z. Okay. Wir müssen sowieso mit Reilen her hoch. Da ist noch ein Pad. Okay, Nummer zwei haben wir schon. Das führt uns. Ah. Okay. Nehmt uns schon mal relativ viel Arbeit, da hinzukommen. Hm, gut. Können wir hier einfach durchgehen. Okay, das ist was mit, äh, Tiny Kong. Tiny Kong haben wir da vorne auch noch. Paar Bananen, ähm, Donkey Kong. Donkey Kong, komm her. Mit die, die müssen wir da als jetzt ist so, und wenn wir mit Tiny gemacht haben, dann, äh, immer noch das so rum. Uuuuuhh. Ne, geh rein und sauf die Kacke. Wasch, ey, wir. Ey, müsst euch mal vorstellen, wir haben jetzt schon wieder eine Viertelstunde um. Was soll ich noch mit Donkey Kong die Plurale saufen? Okay. Uuuhh. Uuuuhh. Uuuuhh. Uuhh. Okay. scheint der kreis nur größer nein ich will nicht mit dir kuscheln und dann gehen wir mit mit einigen oben rum aber ich schaue gerade vor ich mache mal cut hier und dann sehen wir uns gleich sofort wieder bis gleich